Das ist doch unglaublich! Das ist populistisch! Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Tja, wann war mir das denn klar? Alles super! Na super! Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Ich fühle mich sehr geehrt. Alles super! Na super! Super Job! Das hört sich wunderbar an! Das andere ist Standard. Ich kam mir selbst ein bisschen vor wie ein Rausch. Du darfst dich nicht täuschen. Dann sagen, wir machen keinen Bluetooth mehr, wir machen keinen Medium-Austausch mehr. Er probiert etwas aus. Also mach die Kamera aus. Das ist doch unglaublich! Das ist populistisch! Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Tja, wann war mir das denn klar? Alles super! Na super! Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Das muss auch mal gut sein. Hau ab, Schwein! Und, äh, nein. Und, ja, ich hatte mehr die Idee, Leute zu unterhalten, also Entertainer zu sein. Darf ich Sie duzen? Äh, nein. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Vergessen wir das Ganze? Nein, wir können beim nächsten Mal auch gerne dabei sein. Äh, ich wollte aber eben mehr Produzent sein. Hast du mal geschlachtet? Nein. Äh, Tupen oder Käse oder Coffeeshops? Nein, nein, nein. Kritiker über Spiele, über die Ergebnisse, ja. Man ist über der Training. Über der Training, nein. Das ist doch unglaublich! Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Tja, wann war mir das denn klar? Alles super! Na super! Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Ich hab mich bei so vielen Leuten zu bedanken. Ich bin hier wegen Fußballer, nicht wegen ihrem Schwarzsein. Entschuldigung bitte. Bitte, bitte, sag mal doch mal meine Harte, bitte. Bitte gebt mir mal alles, was wir von mir haben. Die freuen sich alle. Dankeschön. Ich glaub, hier will gar keiner mehr die Bienemeier hören. Das ist doch unglaublich. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Tja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super! Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Also wir haben eben viele Ausschnitte gesehen, dass für mich das Allerlustigste war. Es ist wahr. Eine Schwulbar. Halbes Jahr bei Viva war. Hau ab, Schwein! Achso, achso, gewichtlich. Gewicht, ja klar. Tatsächlich, ähm, das mit Abstand Lustigste für mich war die Tatsache, dass ich beim Panzerduell dabei war. Hau ab, Schwein! Seine Witze waren ordinärer, seine Sprüche gemeiner. War in deiner? Achso, in deiner. Mach den Frequenz, weil du Arschloch! Das ist doch unglaublich! Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Tja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super! Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Da könnte ich mich heute noch drüber beömmeln. So. Oh, ich will dich so sehr. Ja, sehr gerne. Bis herzlich wieder willkommen. Guter Regisseur heißt, dass die Protagonisten zu sich selber kommen. Und ich habe für Dieter Bürgi, ich hoffe, Sie schauen es zu und ich kann Sie damit bewegen, hier in unsere Sendung zu kommen. Hau ab, Schwein! Mach den Wind, Schwein, du Arschloch! Also ich möchte mich bei einigen Leuten bedanken, die sehr wichtig für mich und für meine Karriere waren. AC DC. Die Yeti. Die richtigen Personen. AC DC. Europa. Mein Lieber Miss Everdeen. Starbucks. NSA und Prism. Pizza Paradies. Tom-Mam-Apparat. Das ist doch unglaublich! Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, warum haben wir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Ja, im Prinzip bei allen, die bei uns in der Firma dafür gesorgt haben, dass wir ein wenig gute Unterhaltung auf die Beine stellen können. Mach den Wind, Schwein, du Arschloch! Hau ab, Schwein! Elbert, Janka und Ziegler. Ihr müsstet nicht vergessen, Ziegler. Was? Erlauben! Struf! Elgidisch spielen wie zwei oder drei, die Spiele waren schwach wie eine Flasche leer. Das ist doch unglaublich! Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, warum haben wir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Und da muss ich mich natürlich noch bedanken bei meinem treuen Begleiter Elton. Und so kann er sich vieles leisten. Schöne Grüße auch von Peter, soll ich sagen. Ich wurde schon von hinten gestreichelt. Seid lieb zueinander und streichelt euch von hinten. Und am Anfang finden sie natürlich keinen horonurigen Präsidenten. Moment, irgendwie finden diese Vorstellung gut. Und einen Quatsch zu machen und dann hin und wieder mal das ein oder andere Event erfinden. Ja, ich verlasse mich dann nur auf mein persönliches Empfinden. Das ist doch unglaublich! Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Tja, warum haben wir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Einen besseren Turmspringpartner hatte ich wirklich nicht verdient. Neben der Tatsache, dass da Prominente sich natürlich die Ehre geben und dass die Geschwindigkeiten hoch sind, sieht es auch nach Sport aus. Mit den passiven Erfindungen der Spielemacher macht er sich ein Sport daraus, um es zu töten. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Er war Kampfsportler gewesen. Diese Sportart befindet sich in den Kinderschuhen, ja. Das ist doch unglaublich! Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Tja, warum haben wir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Ja, und dann selbstverständlich vielen Dank an unser Publikum, die oft lange wach geblieben sind. Manche erfahren erst von dem Schaden, dass ihnen die Daten längst woanders sind. Die Menschen sind total nackt. Was sie sind. Die Menschen sind total nackt. Auch sie sind tödlich. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Aber das heißt noch nicht, dass wir den Rekord noch nicht aufgestellt haben. Es ist noch möglich, den Rekord noch mal zu verbessern. Das ist doch unglaublich. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorzieher. Und es macht mich stolz und dankbar. Tja, warum haben wir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute! Tschüss. 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 Tschüss.